Morgen, Thomas hier aus Österreich. Ja, nachdem das ja mit dem Panorama beim letzten Mal nur so gar nicht funktioniert hat, zwar ein toller Blick auf die Lienzer Dolomiten, aber eben das Panorama hat gefehlt, das ich mir ja dann oben eigentlich mir und euch versprochen hatte. Aber heute wird es auf jeden Fall ein Panorama geben und eins der besten, das man in Österreich überhaupt machen kann. Ihr seht hinter mir den Großglockner mit dem Gletscher oder mit den Gletschern, die da vorgelagert sind. Und heute geht es auf einen relativ hohen Berg, gegenüberliegend in einem Tal. Auf etwa 2700 und ein paar kaputte Meter. Und von da aus sollte man einen grandiosen Blick haben, obwohl den hat man ja hier auch schon. Allerdings sind hier noch so ein paar verspannte Seile von irgendwelchen, keine Ahnung was, im Berg. Ob das Stromleitungen sind oder irgendwelche Befestigungen von irgendwelchen Liften, ich weiß es nicht. Kann man natürlich rausretuschieren, aber warum, wenn man ein bisschen höher die Dinger gar nicht mehr im Bild hat. Also heute ein relativ kurzes Video, dafür aber das grandioseste Panorama, das man in Österreich überhaupt machen kann. Bis zum nächsten Mal. Ich habe ja eben noch gedacht, dass ich das Panorama hier von Großglockner wahrscheinlich unbedingt noch in Lightroom oder in Photoshop tunen muss, um so den Dunst rauszukriegen. Natürlich werde ich das nachher mit einer längeren Telebrennweite oder mit einer Telebrennweite fotografieren. Um das Ganze auch nahe genug ranzuholen. Aber heute ist es so klar, ganz klare Luft, keine Feuchtigkeit fast drin. Du kannst also irrsinnig weit sehen, ich drehe mich ja auch mit euch nochmal um. Man kann nämlich von hier oben nicht nur den Großglockner sehen, sondern auch noch den zweithöchsten Gipfel Österreichs, den großen Venediger, auch da mit dem Gletscher davor. Es ist heute grandioses Wetter, grandiose Aussicht, also besser kann man sich das gar nicht wünschen. Natürlich, das Licht, wenn man mit der Familie, in meinem Fall mit Kind, mit Tochter unterwegs ist, wird bei euch dann auch nicht anders sein. Du kommst irgendwann immer erst mittags da oben an, außer du stehst morgens um drei Uhr auf und lässt den Lift weg, aber wir sind heute mit dem ersten Lift um neun Uhr hochgefahren und trotzdem, bis du dann hier oben dich sortiert hast und losläufst und selbst die knapp zwei Stunden zum Gipfel, da ist es dann irgendwann halb zwölf, zwölf. Aber damit muss man umgehen und ich werde mal sehen, wie gesagt, das ist also unglaublich. Ein absoluter Traum, ich war schon ein paar Mal hier und so schön habe ich den Großglockner selten gesehen. Also ganz klares Licht. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon fast auf der Höhe, das war jetzt so ein sehr steiler Anstieg, 300 Höhenmeter, gut 300 Höhenmeter und jetzt geht es immer nur noch so ein bisschen wellig den Grat entlang und das total irre ist, obwohl wir uns jetzt langsam vom Großglockner entfernen. Wir gehen also jetzt auf einen entfernteren Gipfel, sieht das aus, als wenn wir mal näher kämen. Denn die Luft scheint hier oben immer klarer zu werden, ich weiß nicht, ob die 300 Meter wirklich schon was ausmachen. Auf jeden Fall, eigentlich könnte man sich jetzt hier nur noch hinsetzen und den ganzen Tag auf den Großglockner gucken und auf die umliegenden Berge, weil es wirklich so ein toller Ausblick ist. Und ja, wie gesagt, der wird irgendwie jetzt immer weiter weg und der kommt trotzdem immer näher dran. Und ich bin mal gespannt, wie nah wir dem Gipfel oder dem Großglockner gleich kommen. So, wenn wir dann oben sind. Nicht immer ist der höchste Punkt der beste zum Fotografieren. Wir waren jetzt eben auf dem Gipfel, aber das war jetzt gar nicht so toll, denn der Glockner ist dann doch noch ein bisschen wieder entfernt gewesen durch das weiter Weglaufen. Und in dem Moment war auch das Licht gar nicht so klasse. Wir hatten tatsächlich eine richtig dicke Wolke, die ganz viel Licht weggenommen hat. Und ihr seht, man muss nur lange genug warten, dann sind auch wieder Wolken drin. Also vorhin, ihr habt es gesehen, war der Himmel vollkommen blau, ganz klar. Und jetzt sind wieder Wolken drin. Und jetzt muss ich tatsächlich warten, bis ich zumindest die Spitze für einen kurzen Moment mal frei habe. Denn ich möchte ja hier ein Panorama machen und ich habe dummerweise meine Panoramaplatte vergessen, wo ich dann auf dem Stativ, ganz egal wie der Stativ steht, das kann sogar schief stehen, dann auf dem Stativ dann den Kugelkopf in dem Fall vorher schon vollkommen waagerecht ausrichten kann. Habe ich vergessen, liegt im Auto. Ich habe es die letzten Tage nicht gebraucht, beziehungsweise ich habe angenommen, ich habe es nicht gebraucht. Und deswegen habe ich es heute nicht mit. Und deswegen musste ich jetzt ein bisschen mitfummeln. Das ist natürlich leider ein bisschen umständlich. Zur Not geht es natürlich und dass ich das Stativ einigermaßen waagerecht hingestellt bekomme und kann mir dann eben mit der Wasserwaage, da ist einmal eine Libelle in der AK-Swiss-Platte, wo die Kamera drin ist, aber ich habe ja auch in der Kamera noch eine digitale Wasserwaage, sodass ich dann das Panorama vorher immer abgeschwenkt habe. Und dann wird sich so ein ganz leichter Versatz ergeben. Es wird so ein ganz bisschen ansteigend sein nach rechts. Das ist aber nicht schlimm. Erstens werde ich dann sicherheitshalber mit Puffer fotografieren. Ich werde also ein zweizeiliges Panorama fotografieren. Und ich habe auch den Konverter dran, um also die maximale Brennweite, die jetzt mit Konverter und Teleobjektiv möglich ist, auszureizen. Das sind bei mir dann 280 Millimeter, also ein 1,4er Telekonverter und eben die 200 Millimeter von dem Telesoom, sodass ich den Glockner, den Großglocknergipfel, schön groß im Blick habe. Einzeiliges Panorama würde wahrscheinlich reichen, denn das darunterliegende Tal muss ich jetzt gar nicht so groß drauf haben. Aber ich möchte auch die Wolken, wenn sie denn schon da sind, möchte ich auch die Wolken ein bisschen mit drauf haben. Und da weiß ich nicht genau, wie viel ich brauche. Deswegen werde ich ein zweizeiliges Panorama machen, wo ich dann erstmal nur vor allen Dingen die Wolken und so den unteren Grad und so den Gipfel vom Großglockner drauf habe. Und dann im zweiten Panorama kippe ich das Ganze noch ein bisschen und dass ich dann auch unten das Tal mit drauf bekomme. Und dann kann ich mir später dann genau den Ausschnitt aussuchen, den ich haben möchte. Und die Idee ist, ich möchte auf jeden Fall den gesamten Gletscher, der dem Großglockner zu Füßen liegt, den möchte ich auf jeden Fall drauf haben. Und natürlich dann, wie sich so majestätisch, der Großglockner dann aus diesem ganzen Eis und aus dieser Eiswüste, die da drunter liegt, dann eben abhebt. So, das ist die Bildidee. Jetzt, wie gesagt, muss ich nur noch warten, bis eben der Großglockner für einen kurzen Moment einmal aus den Wolken raus ist. Mehr brauche ich ja nicht für die eine Aufnahme. Der Rest des Panoramas ist dann vollkommen egal. Und dann werde ich dann die Aufnahme machen. Und ich bleibe dabei. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier bei dem unverändert klaren Wetter selbst mit den fast 300 Millimetern kein Problem mit Dunst bekomme. Und ich werde wahrscheinlich auch in Lightroom, zumindest was das angeht, nichts extra nachträglich verändern müssen bzw. Dunst rausnehmen müssen. Aber das werden wir sehen. Auf jeden Fall hier jetzt das Panorama vom Großglockner. Und wieder, wir haben jetzt genau 12.28 Uhr, beste Fotografie, Landschaftsfotografie-Zeit. Die Sonne knallt so richtig schon von oben runter, alles ganz gerade. Ganz hartes Licht. Gegen das harte Licht können wir ja natürlich in Lightroom oder auch in Photoshop was machen. Aber das Schöne ist, der Großglockner steht jetzt zur Sonne trotzdem so, dass es immer noch so ein paar Bergflanken gibt, die ein bisschen im Schatten sind, sodass da Kontur drin ist im Fels. Und das reicht eigentlich schon, um auf jeden Fall den Fels nicht so ebenmäßig zu haben. Das sieht fürchterlich langweilig und schrecklich aus, sondern um auch in dem Fels eine Kontur zu haben. Das sollte eigentlich ganz gut gehen. Und wenn ich dann etwas wärmeres Licht drin haben will, wie gesagt, das kann ich ja dann beispielsweise in der Teiltonung oder auch anderweitig nachträglich verändern. Wichtig ist auf jeden Fall, ich habe den Großglockner ganz drauf, habe ein tolles Panorama bei ansonsten gutem Wetter und ich denke, das wird schon. Ich habe eben gerade noch was vergessen. Und zwar bei dieser etwas wackeligen Konstruktion auf dem Stativ. Denn hier steht die Kamera bzw. das Stativ auch wieder so auf solche Moospolstern, ist die ganze Angelegenheit schon per se etwas wackelig. Das sehr leichte Stativ hier fürs Hochgebirge per se ist auch nicht ganz so stabil. Und dadurch, dass ich jetzt das Tele mit dem Konverter habe, also 280, also knapp 300 Millimeter, macht sich natürlich jede Vibration sofort auch bei der Aufnahme bemerkbar. Ich habe also deswegen, obwohl ich eine 320, bei Blender 8 in dem Fall, ISO 100, eingestellt habe, also eine vergleichsweise kurze Belichtungszeit, habe ich aber trotzdem jede einzelne Aufnahme mit Spiegel-Vorauslösung fotografiert, um ganz sicher zu sein, dass ich keine Verwackelung durch den Spiegelgeschlag bekomme. Denn ich habe das eben angefangen, das Panorama zu fotografieren und beim Blick durchs Okular, nachdem die Aufnahme von der Kamera gemacht war, hat man gesehen, dass die ganze Konstruktion noch so zwei, drei Sekunden nachvibriert. Und um jetzt auszuschließen, dass diese Vibrationen schon durch den Spiegelschlag bei der Aufnahme entstehen, bin ich jetzt auf Nummer sicher gegangen und habe die Spiegel-Vorauslösung für jede einzelne Aufnahme mit eingestellt. Die Aufnahmen sind jetzt im Kasten. Ich habe genau, wie ich gerade gesagt habe, ein zweizeiliges Panorama gemacht, jeweils neun Aufnahmen für jede Zeile und habe auch am Rand links und rechts ein bisschen Puffer mit reingenommen, damit ich dann nachher wirklich sauber schneiden kann, damit ich dann, wie gesagt, diesen großen Pasterze-Gletscher unterhalb des Großglockners komplett mit drauf habe. Und auch, dass man so im Bild sieht, dass natürlich dann auch das Ganze, der Steilhang, das Gebirge, das Gebirgsmassiv dann auch so zum Rand noch ein bisschen abfällt. Das ist jedenfalls so die Idee. Wie ich das final beschneide, werdet ihr gleich sehen. Ich bin auch noch nicht so ganz sicher, was dann wirklich am besten aussieht. Und ich zeige euch jetzt einmal das Panorama in der unbearbeiteten Version, einmal, und dann in der bearbeiteten Version. Und ich glaube, ich werde sowohl als Farbfoto ausprägen, als auch wieder als Schwarz-Weiß-Aufnahme. Denn hier haben wir, außer dem blauen Himmel, haben wir nicht so sehr viel Farbe. Wir haben das gräuliche, blanker Eis, was man da sehen kann. Wir haben den noch weißen Schnee, der da drauf liegt. Und dann haben wir den grauen Fels und die weißen Wolken. Also dafür brauche ich nicht unbedingt viel Farbe. Gut, wir haben unten im Tal, haben wir natürlich noch das Grün von den Almmatten. Aber das ist jetzt nicht das Entscheidende, sodass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass auch die Schwarz-Weiß-Aufnahme entweder genauso gut aussieht wie die Farbvariante, vielleicht sogar besser. Schwarz-Weiß-Aufnahme. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfiehlt mich weiter. Und abonniert ROR TV, dann seid ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Send.